Der singt! Der singt! Hallo bei den Spielzeugtestern! Wir sind beim Bowlen, will Hanna sagen. Und da sitzt Papa. Genau, so fässt man da rein. Du kannst ruhig bis zum Strich rangehen. Oh oh! Oh no! Also Hanna hat sieben Stück geschafft. Jetzt ist Papa dran. Boah! Papa schmeißt die aber auch. Papa hat nur diese nicht. Ja! Sechs wie du auch! Hanna hatte auch sechs im ersten und Papa auch sechs. Oh oh! Boah! So und jetzt versuche ich mein Glück. Und Hanna wurde gerade schon erkannt. Und wir versuchen hier ein bisschen noch zu kohlen. Salz! Ich habe sie auch mehr geschnitten. Platz fünf, Sabine Seed und Lars Würfgen von Arubis mit 1.264. Wow! Oh oh! Das könnte genau daneben gehen. Oder sie kullert nochmal rüber. Ja! Oh Hanna! Hanna! Oh! Dann kommen wir zu Platz sechs. Na einer noch! Die Hassbahn, Sande Schwarz und Rolf Brünke. 1.264. Wow! 4 und 4! Du hast einen Punkt. Ist das Hanna? Ja! Hanna hat einen Punkt mehr als Papa. Unglaublich! Und jetzt komme ich noch. Von der Hamburger Hochbahn. 1.244. Ich habe tatsächlich. Guck mal. Hanna. Und der zehnte Platz. Anmelde VL. Renate Reinhold und Luis Galgen. 1.248. Oh Gott! Nein! Oder meins! Nein! 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 Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Der 11. Platz. Wow! Super! Nur drei! Ja, drei sind glaube ich. Vier, da oben! Guck mal! Über dir. Vier Stück sind stehen geblieben. Der 12. Platz. Jetzt bin ich immer noch dran. Also. Oh, oh, oh no! Schade. Du kannst. Wow! Wow! Das war jetzt mit Anlauf! Wow! Tschüss! Du darfst noch einmal. Und deine Kugel ist noch nicht da. Warte. Oh! Oh! Wow! Wow! Oh, mein Gott! Wow! Super! Nee, nee, nee. Vier Stücke nur noch. Kommt noch. Ja, das könnte tatsächlich was werden. Oh! Oh nein! Ein! Ah! Das gibt's jetzt nicht, oder? Ja! Wuhu! 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 Ich komme immer gar nicht so schnell hinterher! Ja! Super! Super! Wow! Wow! Oh, nee! Wow! Wow! Wuhu! 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 Oh je! Ach, nee. Oh ja! Aja, we are the same. Ja, das ist soz eins. Da hab ich meine Kugel an. Hopp, genau die Hohle Gasse gefunden. Zick zack, das muss man auch erst mal schaffen. Genau in die Mitte. Super. Drei Stück, super. Könnte was werden. Super. Ja. Bist du? Du hast mehr als ich schon. Wow, ich hab mehr als Papa. Wir sind wieder zu Hause. Ja. Ja. Ihr habt ja vielleicht gesehen, am Anfang war es noch hell, da konnte ich noch ganz gut filmen, wobei ich mir das Material noch nicht angeguckt habe. Ich weiß nicht, ob es was geworden ist. Und nachher war es so richtig Disco, ne? Ja, und ich hab sogar voll gerotzt. Mit Musik und bunten Lichtern und Disco Kugel, das war richtig cool. Ja. Und... Und... Ja, Hannah möchte jetzt eine Bowlingbahn zu Hause haben. Aber das dürfte etwas eng werden. Hier steht Hannah. Ja. So, und wir haben unseren Spielplan. Allerdings ist es nicht, wie es einzeln ausgedruckt ist, sondern nur das Gesamtergebnis. Und da ist Hannah bei gesamt 157 Punkten bei zwei Spielen. Papa bei 180 Punkten und ich bei 181 Punkten. Wer hat gewonnen? Ding, 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 ding. Mit einem Punkt Vorsprung vor Papa. Wow. Ich glaube, ich habe noch nie Papa beim Bowlen geschlagen. Aber das letzte Mal ist auch schon ewig her. Wir haben auch noch nie Bowling gemacht. Nee, da standst du noch als Quack im Schaufenster. Wie hat es dir denn gefallen? Gut. Wollen wir da mal wieder hin? Ja, und ich habe gerade ein Gewisch gekriegt. Von wem? Von mir oder von der Couch? Von dir und von der Couch. Siehste, die will nicht, dass auf ihr rumgehüpft wird. Deswegen. Oh, guck mal. Hannah ist noch voller Energie. Ja. Und mit dieser Energie... Ah! Wir müssen noch zwei grüßen. Uhu. Jennifer Hoffmann. Mit der Katze. Warte. Ja, genau. Mit der Katze. Und könnt ihr mich bitte grüßen mit meiner besten Freundin Josie? Wir würden uns sehr freuen. Also liebe Grüße an Josie und Jennifer. Liebe Grüße an Josie und Jennifer. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Und die zweite, die wir grüßen möchten, hat geschrieben, könnt ihr mich grüßen. Danke, eure Claudia. Liebe Grüße, Claudia. Liebe Grüße. Und auch von Flummi. Sabi macht Kratzer an Kratzbaum. Das ist süß. Egal was. Egal was er macht. Er ist immer süß. Er macht immer so... Wart ihr schon mal bohlen? Wir machen das wieder, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeitschätzern. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen.